Ich glaube, etwas hat ihn da draußen sehr aufgeregt. Hank? Was bin ich so schnell, du kannst? Als Abraham wie ein Verrückter zum Wasser rannte, war es so, als sehe er irgendetwas. Die Starlight Dream wird vermisst. Abraham! Was ist das für ein Ding? Man nennt es Kulalu, ein Weltenzerstörer. Ich will eine umfassende Koordinierung. Die Kreatur wird alles auf dem Planeten zerstören. Haben Sie besser eine andere Option? Wir müssen den Mark II in die Vereinigten Staaten schicken. Primärstufe der Schubdüsen. Zündung wurde initiiert. Ich komme, um zu unterstützen. Wenn Sie die Kreatur packen können, zieh danach ins All schleudern, sodass sie außerhalb unserer Atmosphäre ist. Um zu zerstören, bevor sich der Kokon öffnet. Aber wenn es schlüpft, ist es stärker als je zuvor wiedergeboren. Was haben wir getan? Der Große, Alte ist erschienen. Komm schon, Abe! Du und ich! Ich habe mein Geld an. Das war's für ein Schubdüsen. Im Schubdüsen